Ihr seht ja, wie das sollen abgeladen werden. Zumindest sind die LKWs jetzt ein bisschen höher und planen trotzdem obendrauf. Ist doch unglaublich. Tja, das ist der schiere Wahnsinn hier. Aber es ist einfach so. Und ihr könnt ja sehen, trotz alledem tägliche Rauchentwicklung fuhren man auch wieder schöne schwarze Rauchwolken. Da könnt ihr das sehen. Ist das nicht geil? Was für eine Feinstaubentwicklung. Jetzt kann man es perfekt sehen. Das ist doch der Hit. Tja, oberhalb sind die Balkone. Ich möchte nicht wissen, wer da jetzt irgendwie Probleme bekommen könnte. Wie gesagt, fies ist der Feinstaub bei Pellets. Auch mit Kohlenmonoxid behaftet. Aber das ist ja alles scheißegal. Es ist einfach so. Und wie gesagt, das Hotel wurde für 30 Millionen Euro renoviert. Tja, ist das nicht der Hit? Das ist auch geil. Die Touristen gehen jetzt einfach dran vorbei. Schönster Feinstaub in der Luft. Wie gesagt, Pellets sind mit Monoxid behaftet. Ist das nicht geil? Normalerweise in Deutschland werden solche Wagen mit einem Schloss, Container und Rohsystem in den Brennraum gebracht. Wie dem auch sei. Mit Kohlenmonoxid-Meldern. Ist das nicht geil? Das ist der Hit. Das ist der Hit. Das ist der Hit.